Kannst du mal Kakao benutzen? Ich kann Kakao nicht mal machen. Es ist einfach ein Pudding. Ich wollte ein Muster, kein Cookie. Ich hab zu viel Kakaopulver rein. Jessie, schau einfach dieses Video nicht. Alle Kakaos werden heute beleidigt. Okay, damit arbeiten wir jetzt. Wir sehen da gerade alle eine Eule, oder? Ja oder ja. Kakao ist definitiv stärker als Kaffee auf Papier. Schwester von Wosen, aber deine Läsche. Mit Strichen kann man einer Zeichnung so viel mehr Dimension geben. Das verbinden wir jetzt hier. Können wir darüber reden, dass ein paar von euch sich wirklich meine Zeichnungen freaking tätowieren haben lassen? Ihr seid crazy. Eine Zuschauerin hat mir heute wieder ein Foto von ihrem Tattoo geschickt. Ich hab's direkt in meine Story gepostet, aber Leute, ich bin fast gekippt. Wow. Ich hab endlich wieder einen weißen Gelstift, damit setz ich jetzt Highlight. Das ist das Ergebnis unserer Kakao-Kritzel-Challenge. Und Kakao ist echt sehr intensiv und sieht doch ganz süß aus.